Urgott spielt fast nur wen F***ing Urgott, oder? Ne, Glatze ist da Weihnachtsmann Also, das ist ja schon wieder ranked, gell? Ist das jetzt mit Rang? Nein, jetzt haben wir Rang mit zu dritt gespielt Nein Ist ok, was eigentlich fingen wir jetzt? Einfach, weil die zwei Typen so gut sind Weil die einfach OP sind Die sind OP Oh wei, Entschuldigung Das könnte mir einfach mal aussehen Der wäre lieb, der würde gerne von Riechen jetzt Ich rechne nicht einmal Ich selber rechnen, das zeig mich Ja, aber ich habe extra intensiv geschnüffelt Aber ich habe zu Recht, meistens soll ich mal sein zu Ah, ich f*** nicht das Es war ja dumm, wenn es die ganze Zeit das Selbstrechnung wurde, leider Ich hasse diese Map Angreifen oder zum Verteidigen? Allgemein Eher zum... Angreifen Ja, das ist ziemlich offen Bei den Zügen sind es nicht Oben sind es ganz oben Ganz oben Oder? Ja, ich finde die Stiegen wieder nicht da Ja, ich hab da ja, dass es stärker sind Ja, ich hab da ja, dass es stärker sind Ja, ganz oben sind es Ja, ich hab da ja, dass es stärker sind Ja, ganz oben sind es Ja, ganz oben sind es Ja, bei uns ganz oben aufpassen Es sind irgendwo abgeschissen Drohne ist bereit Irgendwo schießen sie schon raus, damit sie das Brett frei haben Ist da nicht irgendwo Kamera oder so? Normalerweise schon, aber sie schauen sich es nicht an gerade Um längst kriegt man auch keine Punkte, wenn du irgendwas zerstörst Aber wir haben es nicht gefunden Es ist ganz oben, ich hab es gesehen, ich bin vor der Tierhombe Und wer mit mir? Bist du nur? Ich bin oben am Doch Ich bin oben am Doch Bei mir ist der Wart, Louis kommt zu dir Da wäre Unterstützung ganz cool Ja, ich komm mit dir Ja, ich komm mit dir, oder? Ja, sie sind ziemlich offensiv Passt die Drohne, oder? Ja Beide, jo Ich könnte jetzt so einen geilen Headshot einfach geben, du Einfach so smooth Du wirst das ja machen, wenn du siehst Dann sagst du, der ist da rausgekommen Ja, so wie ich das immer mache Ja, können wir aufgehen Bei den Treppen ohne Dienst Ist nichts, oder? Geh du vor, ich bin Sniper Doch, ist jetzt, wenn wir reingekommen Mach da unten das Seil hin, damit ich mit meiner Drohne fahren kann Mach ja gleich, ich tue die Dinger an Warte, warte, dann lass mich besser stehen Ja, ja Ja, ja Wohl Alter Schwede Bleib bei der Mutter dabei, gell? Mhm Bleibst du da? Ja, ich bin da, ich bin da, ich schaue noch Was, die anderen zwei sind eh beieinander, ich bleib bei dir Ja, wir sind auf der anderen Seite Jetzt bin ich allein Ja Da ist man drinnen, wo abpassen Wo ist er? Er ist hinter der Theke Der Fuse hat mich umbro Der Fuse hat mich umbro Darum eh Darum eh Hinter der Theke sag ich Drohne ist aktiviert Sprengsatz vorbereitet Ja Jawohl War er hinter der Theke? Ich weiß nicht, ich bin nicht reingegangen Ich wollte eine Drohne reinhauen, damit ich safe weiß Mhm Werds jetzt besiegt Werds jetzt getötet Werds jetzt getötet I don't special kill you Was Ritter? Er hat mich nicht especially mich umgebracht Ich hab keine Ahnung was er will von mir Ich kann mich am Arsch lecken Weil wenn der Fuse irgendwo reinballert wo Ja ich hab Kassel aber ich hab keine Aufsätze drauf Ich hab gemeint der Dingson Kassel der Es ist schon wieder so Spasten mäßig Ich hab immer so viele Reibungspunkte mit Leuten, die ich nicht kenne Reibungspunkte? Ich hab unseren Schwarm mit Leuten, die ich kenne, dass ich auskomme Na wir haben den selben Ort Super Alter, da gibt es wieder so viele Orte Ich tue nur die Fenster zu gell Das sind schon drei Fenster an, wo musst du eigentlich schauen Okay fast Ich mach dazu gell Ja warte mal Ja Werds jetzt Okay Werds jetzt Werds jetzt die Fenster her sichern, oder? Ist gescheiter Ja, Fenster sind gescheiter Solang sie gar her schauen, ist gescheiter Ich positionier mich genau so Ah, sie können von oben, können wir aufpassen, gell? Nein, wir sind ganz oben Nein, da sind die freien Fenster Ach so, beim Loch, ja Und auch Breaching Point ist auch oben Hier ist ein Feind Okay, das ist ja kack Bro, irgendwas schießt mich schon von oben ab Was? Du Wichser, oder? Trifft er dich? Ja, ich bin jetzt hinter meinem Schügel, da kann er mich nicht treffen, aber... Ich bin einfach... Woah, er trifft mich trotzdem Wo? Vielleicht ist der Glatz Was? Das ist eine gute Möglichkeit Ja, der schießt die ganze Zeit anscheinend Ich gu- Ja, 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 eyda Bitte, please Nein, es ist sogar Twitch Alter, du bist mich verarschen Alter, du bist mich verarschen Ist der Platz beschissen, Alter Ist hier ein Schatten Alter, da geht mir das dort so hoch Ich schau mit der Kamera unten Nichts gegangen sein Guck mal Patrick Die haben einen Blitz, also aufpassen Alter, wo trifft mich der? Ganz oben, aufpassen Die schieft voll gut da rein Ab wann Der Mann ist in ca. 15 Minuten da, hat er gesagt Ja Der hat auch noch ein Spiel belassen Ich hasse es, wenn irgendein Typ die Kamera in der Kamera drin ist, aber sie nicht bewegt Ja, ich tue noch einmal auf Leit umschatten, was du willst Ja, ich will euch hier helfen Ja, eben wenn ich nichts tue Dann steue ich extra auf Leit umschatten Achso, ja, ja, ja Ja, ja. Weil das ist ziemlich lästig, wenn einer in der Kamera ein Hörverlösen wird und einer ist drinnen blockiert, ja. Du bist auch bei mir, Ludwig. Nein, lass ihn weiter runter. Wenn er schon unten ist. Er ist ja da bei der Tür, Patrick. Was? Bei der Tür? Okay. Ich hab doch... Ich hab doch oben, weil ich hab doch gedacht, du schaust oben hin. Nein, oben vorhin, aber bei der Tür hab ich da auch noch geschaut. Ich hab diesen gerade umgebracht, dass du sie sehen. Ah, ja. Ja. Alter, was ist denn das für ein Spiel, Alter? Egal, da hab ich ja gerade durchschiessen müssen, weil... Das hätten sie noch beide erwischt. Ah, jetzt mit mir fuße. Ich hab eh immer Feuerstöße gemacht, aber... Habt ihr alle die Weihnachts-Special-Dings drin, oder was? Ja, bei den meisten schon, weil es irgendwie cool aussieht. Ja, die ist Heiligen-Drei-König. Ist es dann weg, oder was? Nein. Glaub nicht. Ich bleib mal Glatze weg. Glatze macht ja viel Spaß. Weil du snipest! 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 Der Durchschlags-Bonus bei ihm ist ja einfach so genial. Ah, vier Spiele müssen wir gewinnen, genau. Ja. Weil drei Spiele für Pussys sind. Ja, aber wie cool das rankt sein, wenn wir den Orten nicht mehr aussuchen können, wo wir däffen dürfen? Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Obwohl ich ihn nicht aufmeldet habe. Haben wir nicht da aus der Nerven? Sicher mal aussuchen dürfen. Echt? Habe ich gar nicht gemerkt. Ja. Vielleicht haben wir zu lange mit den Operator-Einstellungen gebraucht. Ja, stimmt. Das kann gut sein. Deswegen habe ich nicht ausgehört. Das ist das Zugzimmer, oder? Hm. Ja, aber ja. Fägt's mich mal so hart mit dem Scheiß. Bom, bom, bom. Schade. Ich komm von oben ein und mich runter. Er hat sich selber umgebracht, oder wie? Nein, da oben ist einer mit so Sprengstoff. Aufpassen, da ist irgendwie einer gestorben. Ich weiß nicht, wo der ist. Da hinten, oder? Nein, da. Schau, da ist alles frei. Ja, da habe ich gerade die ganze Zeit reingeschaut. Warte kurz. Ich hau mir ja... Wie gehen wir denn rein über die Fenster? Ich weiß nicht. Du kannst über die Fenster nicht auf, da. Aber ich schau mal da mit davon. Bei mir könnte es rein gehen. Da könnte es vielleicht bei B die Bombe lesen. Da ist kein Schwein. Ich habe ja alles gesichert beim B. Okay. Okay. Da ist einer. Okay. Ich schau gerade wo der letzte ist. Ja der letzte ist in A. Ja. Da genau da ist er. Alter. Ich spüle wie mit Trollen. Ich kann nicht mehr die Bomben. Ich kann nicht mehr breachen. Warum auch immer. Er geht auf, er zu rein. Ja. Ja, ich habe ja mit der Drohne kontrolliert. Ja. Ich habe ja gewusst, dass er da oder da ist. Ich darf nie vergessen. Die good old Drones. In der Weihnachtsbäckerei. Da siegen alle. Ja, jetzt schneller aussuchen. Ja, was nehmen wir denn? Kamin-Saal. Ich weiß nicht. Nein, das war der Scheiss, den wir früher gehabt haben. Ich bin Küchenvorbereitung. Ich bin Küchenvorbereitung. Auch von mir aus. Und der noch ein marktloser rein. Oh Gott. Das ist ja ekelhaft, Alter. Das ist ja echt ekelhaft, der Scheiss. Da sollte einer oben zumachen, Alter. Also. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. Zugangssperre scharf gemacht. Zugangssperre scharf gemacht. Eisenwände. Schlagel dran bereit. Schlageliga abgelegen. Heißen. Einsatzverein. Abenteuer gesicht. Fünf Sekunden noch. Bombenstandorte sind sicher. Loll. Was geht? Was geht? Ja. Meine Fresse, der ist jetzt abgegangen. Mann. Wo ist der? Die olle Umbo. Er ist draußen gewesen. Ja. Er ist einfach rausgekommen. Er ist rausgekommen. Euer richtiger Rambo. Ja, der hat von draußen weg genutzt, Alter. Ich bin trotzdem noch Bronze 4. Sein Scheiss. Bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part.